ganz stark camp ganz stark weil das ich mache die camp größer nein alles klar misa dann muss gleich so ja schon stehen habe ich schon mal ja ein bisschen geiles kriegen ausgebilden micatinho gehst du nur matt gehst du nur matt essen oder nicht ich würde dich noch freuen ob man dich sicher kommen oder nicht ich würde den COD dann gespielt werden ja 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 COD und Rage und das ist ähm ganz normaler Alltag ja also Geld ausgeben so und dann gönnen wir uns die Kiminarische ich muss jetzt gucken so okay ja mit spiel nimm mal nimm mal ein schön ja leute beschimpfen das macht spaß die nehmen wir jetzt mal die nehmen wir jetzt mal ja das läuft jetzt oh ich muss den Alarm lösen sowieso mir kann das beim Rage und keine Angst relativ rosa oh mein Gott oh mein Gott ja ja sie ist Pini jetzt sehe ich nicht mal so bad ass aus ich muss das machen ich muss das machen ich muss das machen ich gehe marcel stream das einzig was ich sehe ist das danke für den follow danke für den fall ist jeder wieder da tschuldigung danke für den follow leute ich küsse euer augen euer herz ich höre marcel irgendwie doppelt das ist gut jetzt kann ich die alle aus pop-up-fenster machen dann habe ich schon wieder muss er wocht ist in höhe von nikki minaj die ist so hässlich kannst du es wagen wir sind gerade in dem es sind titel liga wo ist denn die überhaupt er hat ihre eigene klasse sicher anna ich nicht kugel sind so randgit suchen suchen und suchte und gestörte sagt mir nix sagt mir nix ich mach hier was riskantes leute nebenbei mache ich hier noch mein armband weiter ich muss noch eine minute der spielt mit herr mal dieser welchen song hast du gekämpft ja wenn du die band nicht kennst dann kann ich ja sonst mal machen noch 30 sekunden ich habe jetzt von alles zu sehen weil du hast eine in der weil wir einfach eine person im stream haben die voll viel ahnung davon hat und nachher streit du bist scheisse ich hab vorweg angekovertet die ladung am ziel und zerstört ist die ladung gesichert unsere drohne umkreist das gebiet die beiden stehen immer hier ich schwör mal pimmeln hier rum leute ist hier kein gegner ich höre die nur rumlaufen letzte minute die letzten 30 sekunden ich bin sauer ich habe drei Ich schlack dir so einen in die Fässer, wenn du dich nur auf einen anderen fährst. Was, GG? Ja. Kannst du mir ein Eis drängen, Kevin? An alle Saber, sprengt das Ziel, um zu gewinnen. Hä? Wir haben die Bombe gesichert. Ja, also, nein, aber dann, ja, du wirst es wieder in die kleine Tasse machen. Oder, ne, ich mein, das ist so idle, dass man für Fisch kann es gehen. Der steht bestimmt wieder da oben im Haus. Einen hau ich da oben. Habt ihr einen Feind gesichtet? Ich hasse den. Ihr bewegt sich was. Ich dachte nie, dass ich so rumsch werde. Oh, habt ihr das gesehen? Ich hab mich so erschreckt, dass der Keks da stand. Das, das war kein gutes Gameplay. Okay. Noch eine Minute. Ich hab mich neu gekriegt, ey. Danke. Ja, du warst dir ja auch ein Bier holen. Gibt an meinem Eis hier die Schuld. Guckt Leute, wie hübsch. Ich mach gerade ein Armband. Voll hübsch, ne? Ich find's auch hübsch, danke. Noch 30 Sekunden. Wir haben einen Sieg erhoben. Wiederholen wir das. Yes. Das hat sich gejuckt im Finger. Aber der hatte auch keinen Aim. Der hat mich gar nicht getroffen. An alle Saber. Verteidig die Zielorganisation. Wenn kein Aim auf kein Aim trifft. Ja. We going to ibiza. einfach great von beiden seiten oben siehst du nicht oben ich kann mir nicht konzentrieren die musik läuft konzentrieren Jetzt schreit niemand an. Kann ich mal ein Eis hier weglegen. Dann sind alle da. Grimmsgrave, ja. Soll ich wieder zum Ballkampf verpissen, die Leute, ey. Darum sind sie nicht all of the games. Ja natürlich. Ich komm raus und dann werde ich abgetuniert. Dieses Spiel macht so aggressiv, nur ganz ehrlich. Noch eine Minute. Ich hab den pink gewagt, weil ich spiel nicht aggressiv. Oha. Er ist Maschine. Oh geil. Suchen und zerstören. Ist doch wahr, Misa. Ist doch wahr. An alle Saber. Sicher deinen Bereich um die Zielobjekte. Ich wollte doch nicht. Doch. Leise Chantal. Ich hab das letzte System halt gesagt. Der hat mir aufgelegt. Der hat Snipert der scheiß Türke da. Der hat Snipert der scheiß Türke da. Der hat Snipert der scheiß Türke da. Ich brauch keine Verstärkung. Come on. Ich soll dir jetzt einen anfassen. Ich hab ja gerade fast den Lope in die Fresse gehauen. Hilfe. Ach. 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 was ist kevin, okay, würde ich Ihnen. Alleseshung? Aktivität. Leiden weg ist. Suchen und zerstören. Saber 1, eine Ladung bei Ziel platzieren und zünden. Bombe gesichert. Halt die Bord rein. Also dieser Türke, ne? Wenn der für die Türkei in den Krieg zieht, dann bin ich... Kommt er mich mit dem Messer holen? Was bist du wie ein Unmensch? Wir haben die Bombe gesichert. Bist du wie ein Unmensch? Wir platzieren die Bombe bei Alpha. Boah, Liga, musst du mich so erschrecken, ey. Ladung am Platz. Der Countdown läuft. Keine Ahnung, was ist da hinten drin? Tja, guck, guck mir die Erde hoch. Diese Person ist die Maschine. Ich weiß nicht, wie sie ist, aber Maschinen. Suchen und zerstören. An alle Saber. Platziere eine Ladung an, Ziel und zerstört ist. Bombe gesichert. Da rennt doch nicht durch die Blumen. Als ob ich nur Hickmarker gemacht habe. Ich habe ein eigenes Toll, ich glaube, hast du was gewonnen, Marco? Ich habe geregelt. Ja, wir haben gewonnen, Mann. Ich glaube, ich habe nicht einmal getroffen. Ich habe einen Schiff, 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 Schiff. Ich habe einen Schiff, 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 Schiff. Ich bin ein Monster-Man. Hi, Weasley. ja ich habe gleich prestig niki, mein Arsch die Männerärsche ich bin als Sniper ich muss die Karte an Spinderclump Ich hab noch nie mit Reiki gespielt. Du bist voll blond. Voll rosa. Ich leuch nicht mehr auf der Mac, Mann. Du warst bei Apex rosa, du warst nur bei Call of Duty rosa. Ah, und wie laut ist das jetzt auf einmal? Ich muss die Waffe hier haben. Ich merke richtig wie pink ich bin. Ich werde beschlossen. Schwör. Der Pinkie, der Pinkie, der Pinkie mit der Brain. Magazin wechsel! Wir hätten so viele, so viele coole Charaktere gehabt, Mann. Da kommen die mir zu und Niki. Nubi ist cool. Das Nubi ist ja noch besser. Ach, sie spielt auch selbst. Aber Niki? Hier ist alles voller pinker Sirup hier. Von der Waffe. Ich kann nicht spielen mit der Mann. Ich kann ja mit Skeletto spielen. Wow. Ich habe ein paar Freundinnen, die würden alles im rosa nehmen. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Feindliche Drohne in der Luft. Flinke Hände online. Nein, was? Ich werde gesandwichen. Sandra, was geht? Wir haben die Führung verloren. Jetzt hat er mich von der Führung schräftig weggessen. Boah, am roten Container liegen einfach zu weit. Dann liegt der da am Gammeln. Nein. Mir ging es um die Waffe, Sandra. Sandra hat sie auch gekauft. Wobei, die Waffe finde ich geil. Nein. Ich finde die Waffe halt voll nice. Ihr habt alle zu viel Geld. Ach, Mann. Hörst du das, Sandra? Wir hören das nicht. Nein, man muss sich auch mal was gönnen. Oh mein Gott. Ich habe Ghost gerade in den Geschossen. Wir haben mich erwischt. Wir haben mich erwischt. Du hast alles neu. Ja, du Wichser. Dann lauf ich einen Paner mit Pumpe in die Herd. Man hat er geworfen! Ins Gesicht. Könnte besser sein, sondern... Ah, ich brauche dich durch. Oh du Kla... Wie? Das ist verkündet. Ja den, genau der Marcel. Du wirst schon drauf geschossen, weil ich schnicken kann. Ich wüsste. Du musst leid drum schwatzen. Mir klappt das, was wir wollen, wüsste. Ja. I don't give a fuck. Und wenn ich... ...20 Skins kaufe... Das ist ganz gut. Lass dir das nicht schlecht bringen. Ja, scheißegal. Das ist mal egal. Mir ist es auch egal. Nee, weil Sandra wurde ange... ...gemutzt. Weil sie sich mit ihm macht. Das ist doch deine Sache. Dein Geld, dein Problem. Dein Geld, dein Problem. Ich kaufe mir auch das Geld, wenn man das Geld hat. Ich kaufe mir auch das, weil ich will. Das ist mir auch schon egal. Nee, ich kaufe das Geld. Wenn die Leute das Geld hätten, würden sie auch mehrere kaufen. Dann würden sie auch mit ihm in den Arsch kaufen. Ich bin da einfach nur neidisch. Weil sie... ...Tatsphärer sind. Nicht, okay. Den Scheißerer. Sie bei Fortnite. Bei Fortnite habe ich so viele Skins, weil... Ja, weil ich wollte sie einfach haben. Ja. Topman Nazi, Alter. Geh ich halt für Topman. Jetzt kommt's ab, ey. Die Haare sind einfach viel zu lang. Die Haare sind einfach viel zu lang. Du brauchst Rapunzel. Ja. Ja. Da wie man die Corona hat, die Uhr war, war aber so lang, geil. Jetzt heißt ich mir auch bis über den Arsch gegangen. Das konnte ich dir nicht durchgehen lassen. Oh ja, genau. Du hässliger Notencamper, Alter. Boah, ich hab so veraimt jetzt. Wieso stirbt der nicht? Diese Snipes ist absolut nicht One-Shot. Aber was los denn hier? Hier knapp ist es nur noch. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Beppo los? Wieso war der ein... Das hätte ein Doppelkill sein sollen. Die Snipes hier ist ja übel, Schmutz. Oh mein. Wie kannst du damit leben, Nicki Minaj so zu töten? Wir werden davon. Weiter so. Yes. Der Mörserschlag nähert sich. Oh ja, das ist schon. Ich hab Snoop getötet. Ich hab' Snoop getötet. Oh nein. Oh nein. Ich glaub ich war der letzte, oder? Guckt's euch an mit der pinken Waffe! Pink ist die neue Diamantfarbe. Äh, warte, ich wechsle Niki Minashi, weil die ist hässlich. Ich will mein Stiletto haben. Du möchtest titten. Nee, guckst die letzte sind einfach 20.000 mal besser. Das sieht einfach aus, als ob die sich eingepisst hat, wenn die so gerade steht. Mit dem Blick zwischen den Beinen. Die ist feucht. Die ist feucht. Das sieht so aus. Was laberstuh? Was laberstuh? Was laberstuh? Ich schau dir gleich auf die Fesse. Was laberstuh? Mach dich kaputt, Junge. Das ist aus meiner Leitung, du Brüner. Wieso bist du noch drin? Ich glaub, die sieht schon aus. Was? Oh, ist das voll wehgetan. Oh. Gib dir mir zwei Sekunden. Hey. Um zwei Minuten was zu machen. Danke. Gib dir mir zwei Sekunden um zwei Minuten was zu machen. Ich hab euch auch gerne. Ah, mach du mal. Ich war nicht gut in Mathe. Das ist kein Grund, sich über sich lustig zu machen. Ich hatte Nachhilfe in Mathe. Ich habe Angst, nicht was zu machen. Ich hab nicht mit Motiviertel oder so. Ich habe Angst, nicht was zu machen. 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 Um schwer zu machen. Mein Lieberlter-Komö, ist zu heiß. Kauft was ihr wollt Kauft euch Spitzes Hm, wenn ihr packt, soll ich mal so 4 bestellen? Das soll ich mal auch nicht aus ihr Stich oder so? Gangs of Paradise Wie willst du uns zu stellen? Mein Gesicht bestellen hat nicht an uns zu stellen Ah Marcel? 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 Ich wollte morgen mir so ein Set kaufen gehen Welches Set? Mit Gläsern Ah, bist du auch Gläser frösen, ja Ja, 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 ich bewundere sie echt für das was sie macht Ja Ich bewundere sie auch, ich würd auch genau dasselbe machen was sie macht Ja Fühlst du es dann, wenn ich das mache? Definitiv nicht, aber... Unterstützt du mich dabei? Ich supporte dich ein bisschen imaginär. Auf Leute zu mobben. Aber nein, Beppo. Wir supporten damit. Wir können nichts dafür, dass unsere Leute scheiße sind. Echt? Du haust natürlich wieder an. Du liegst dann mit der Mutter. Ich hab von der Schraube gesprochen. Das kann man alles nur falsch verstehen. Warte, mein Handy fickt den gerade komplett weg. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich noch nicht in der Kinderabteilung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich noch nicht in der Kinderabteilung. Ich hab mich noch nie damit beschäftigt. Keine Ahnung, wo man los herkriegt. Ich häng voll oft in der Kinderabteilung. Ich hoffe, in der Bastel-Kinderabteilung. Ja. Ne, ne. Oh, wo sind deine Eltern? Wie, deine Mutter ist da hinten? Wisst ihr, wie oft ich Kevin verliere? Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich meine ältere Schwester verloren habe. Das war nicht schön. Kevin ist immer so weg wie Ninja. Ich weiß das. Ich hab vorne zur Information gehen und ausrufen lassen. Ne, du findest es normalerweise bei den Playstation-Spielen. Okay. Also, ich kann euch erzählen. Ich ging mit meiner älteren Schwester nach Köln, weil die mir übelst auf die Nerven ging, weil sie keine Freunde hat und sie wollte mit auf die Games kommen. Ich wollte nicht und meine Mutter hat mich übelst genervt. Nimm sie doch mit, du weißt, du hast keine Freunde. Das hab ich dann zugesagt. Nett. Ähm, dann in Köln, Kumpel kommt zu mir, sag ich, also, ich sag dir jetzt direkt, wir werden des Öfteren meine Schwester verlieren. Und er übelst drüber gelacht, sagt er, so schlimm kann es nicht sein. Da musst du vorstellen, da sind wir in den Kölner Dom gegangen. Wir waren am Eingang und ich drehe mich so um. Wo ist die Jessica? Sie ist alleine schon mal hochgegangen. Die war schon weg. Und er, oh, okay, ich hab nicht mal gesehen, wo sie hin ist. Ja, ich sag dir ja, die verschwindet einfach. Wir gehen dann nach Doom und gehen wir in den Mediamarkt. Der ist nicht weit vom Doom. Wir waren nur am Eingang. Und ich sagte, wir bleiben zusammen. Ich drehe mich um, wir bleiben zusammen. Und er, meine Schwester ist weg. Versuchen und zerspüren. Jäger 1, eine Ladung am Ziel platzieren und schön, wir haben die Ladung. Ja, ja. Am besten vor, vor euch laufen lassen. Die verschwindet, das ist wie, als würde sie so, einfach die spawnen. Ich hab die Angewohnheit, wenn viele Leute da sind, dann nehme ich meine beste Freundin immer in der Hand. Um sie nicht zu verlieren. Ich würde ihr Handschellen machen, dann wäre die Handschelle einfach weg. Oh, das sind die ganzen Polen und Chechen. Oh, das ist immer, ich muss sagen, was ich spüre, ich spüre immer ganz stark diese rassistische Ader. Nur du bist noch übrig, bring die Mission zu Ende. So, das hab ich nicht. Noch eine Minute. Das ist einfach nur Intoleranz. Linke Hände online. Keine Rassismus. Ach, äh... Ich hab Mystics-Fühlen noch an. Ich mein, ich hab Araber im Bekanntenkreis, Fahrwege und alles, also da... Keinen Platz voraus zu gehen. Ach, auf, auf, auf. F auf. Noch 30 Sekunden. Ich hab ja auch selbst wohl Emotionen gekannt. Bravo. Ich hab jetzt übelst verahmt. Ich hab' die Presse. Ich hab' die Presse. Ich hab' die Presse. Ich hab' die Presse. Kurva. Ja, Kurva. Kurva. Wir haben die Bombe gesichert. Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt können wir das endlich einsetzen. Wir haben einen Ziegenficker in der Lobby. Wir haben einen Ziegenficker in der Lobby. Mann. Das läuft mir durch! Kurva! Kurva! Ah, ist ab, Juni! Hol' nicht rum. Kurva, mach, ey. Oder sowas. Was? Ich bin schnell, wenn wir uns immer gut gehen. Aaaaah! Komm'on, Jinger! Ich freu mir noch einer im Stream, ey. Also, einer der Jinger, das Iwo heißt. Ich werd' keine Freunde haben. Die Runde wurde verloren, seid bereit für die nächste. Oh, jetzt ist die Wiese hier. Warte, morgen werden wir so gut essen. Jaaa. Er hat mich jetzt auch einmal in die Ladung angegeben. Und zerstört es. Bombe gesichert. Pass auf, Beto. Er ist oben im Haus. Ich hab ihn. Amnesia, Mann. Mensch. Feindliche Drohne über uns. Vogelperspektive online. Die letzte Minute. Nein! Scheiss Türke! Komm mal Marcel. Marcel, ich regle das. Es ist nur ein Türke. Er kann nur Kebab. Döner heißt das. Döner ist eigentlich nur ein erfundenes Wort von den Deutschen. Es ist ein Kebab. Kebab ist das Original. Ich glaub wie tief er jetzt einatmen muss. Schkebeck. 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 Du bist ein kein Problem. Schkebeck. 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 wenn die jetzt alle aus der ukraine haben sie dann nicht auch erfahrung hier ich dachte die werden nein nein da gibt es auch kriegsverbrecher die das sonst im stück würde mein land niemals das ist baby das diese amnesia dieser megaeländer krassigen pika also krass so bei so einer 1 leute die spielen können 1 3 spielen der typ von gestern hat mich zu seiner party eingeladen er will dich verstehst du sowieso nicht was will der von dir doch er hat doch also von einer wiese Amnesia ist schon ne kleine dreckige Hufe. An alle Jäger, Bombe entschärft. Trotzdem gewinnen wir. Kurva! Hörst du wie er atmet, Beppo? Ja. Ja. Ich hab echt eigentlich einen Hörchenkratz bekommen. An alle Jäger, verteidigt die Zielobjekte. Feindliche Vorräte im Einsatzgebiet. Echt jetzt? Verdammt! Mörserschlag unterwegs! Nein, kam der von hinten! Ja, ich bin schon wieder. Beide mal. Komm, Jincha Stevo. Regle. Kein Treffer! Kein Treffer! Kein Treffer! Der ist unten! Hörst du nicht? Bist du taub? Sehr gut. Sehr gut! Der ist nicht noch mal unten. Ja, durchschwemmt. Ah! Sehr schön! Da ist der! Der ist drinnen! Nimm ihn dir! Mach langsam! Nimm deine Drohne! Du wie! Hast ne Drohne, alter! Set sie ein! Oh, Beppo! Oh, Beppo! Drohne! 30 Sekunden noch! Feind hat Bombe bei Alpha platziert! Setz die verdammte Drohne ein! Ich werde sterben! Beppo! Lass ihn! Er wird sterben! Ich weiß es! Guck! Der Gegner hat ihn schon gefunden! Der ist oben! Der ist unten! Oh! Sehr schön! Riecheln Keks! Machina! Wir haben die Bombe entschärft! Sock! Kurde! Ja, ich bin nicht in den Krieg. Ja, ich bin nicht in den Krieg. Oh, ich bin in den Krieg. Oh, ich bin in den Krieg. Der ist sch***! Oh, ich bin nicht im Krieg. Dein Gericht ist sch***! Du bist sch***! Ja, ja, ja. Ich bin gemütet! Der hört mich nicht einmal. Rufen uns zerstören. An alle Jäger! Sprengt das Ziel, um zu gewinnen! Verbinde die Drohne online! ich bin hier dabei nebenbei ein armband zu machen leute deswegen guck ich nicht immer auf den gut nein du wichse jungen was für einen aim hast du noch eine minute ich weiß schon dass du die bomben legen musst du musst die bombe holen wurde von rechts getötet genau im fenster stehen ist nicht glück weißt du was wir machen müssen wir müssen uns so videos ansehen oder streams zusammen ansehen und sie dann so kommentieren kohlen deswegen trakt und drecks ziegen ficken warum ziegen aber warum keine esel würdet ihr der ukraine hätten wir keinen krieg ok 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 die ukraine ist aber nebenan ok ok suchen und zerstören ich geh die jetzt alle töten an alle jäger platziert eine ladung am zerstörte bombe gesichert wieso also amnesia ich hoffe ich hoffe er ist eine traube und die ist sauer schoss mein leben schoss mein leben steuerlicher marschlugger beim anflug woher ginschustivo gibt jetzt alles oder auch nicht wir wollen das nicht verhieren ich hab noch gar nichts gemacht das ist nicht schlecht ich bin eh schlecht ja der beste ja 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 rutsch mir in den wuppel an alle jäger sichert den bereich um die zielobjekte auf der erosolbomben bei eurer position sie haben die bombe bei alpha platziert einstand die zu zweit heiße runde ich habe jetzt zwei Kills gemacht in einer Runde ich mag das halt nicht sitzen zu bleiben oh mein Gott ich bin geblendet bis ins nächste Jahr der nervt mich einfach ich habe ihn gewonnen wir haben die Bombe entschärfen hahaha Mission abgeschlossen gut gemacht Bis zum Glück Hi guys! Hola Pitchkommadery! Chi Chi! Er gibt mir nicht mal einen Anfroh, der hat einen Föder ins Mikro! Battle Pass! Wieso höre ich das stoppelt? Hat dich zu seiner Partie hingeladen? Nee, mein Freund. Die beiden gestern waren aber, also die Irak, das waren Iraker, ne? Ja, Iraki. Was hat er noch mal? I'm not a terrorist! Don't be afraid! Das sagen wir alle. Das ging in zwei Hochhäusern. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir müssen gucken, wie viele, ähm... Äh, wie viele, war, wie war das? Das nicht. Wie viele Flugzeuge sie mir vom Himmel schießen? Hm. Hm. Der nimmt dir keine Sterne vom Himmel, der nimmt dir Flugzeuge vom Himmel. Ja, da ist Irak. Ja, da ist Irak. Kein Absent. Ja, bestätigen. Bestätigen. Vermessern, wir sehen den Richteransatz ab. Wo stehen Sie? Wir haben bei unserer Position... Hier würde sich Iraki wohlfühlen. Hier würde sich Iraki wohlfühlen. Das ist Team Dessen, der Team Dessen ist wahrscheinlich... Ja. Nein, weil da muss ich mein Armband weglegen. Nein, weil da muss ich mein Armband weglegen. Jäger 1, alle Feinde zum Abschluss freigegeben. Wir haben die Führung übernommen. Ich kann mir Armband ziehen und mich bei ihr haltet. Ich habe ihre Schafschutz erledigt. Nein. Komm, das war lustig Marcel. Sei nicht so ein Spieß, Marcel. Ja, du kannst die beiden ja nutzen. in der nächsten runde nehme ich sie dabei und wenn sie nicht nerven werfe ich sie raus am boden Werfe Säbchen! Leck mal am Arsch. Nein, dann sprengen die mich weg. Okay, tschüss. Tschüss, Kevin. Nein, ich hab's gehört, scheiß Spanier. Ich hab's gehört, scheiß Spanier, scheiß Spanier. Von wo Sniper der Spaniergelang schon wieder? Ah, ich hab gesehen von wo der Sniper. Ich bin hinter dir. Perspektive aktiviert. Oh, haltet ihr euch beim Laufen den Schwanz ober? Warum läuft ihr hintereinander, Alter? Die ganze Zeit, ey. Komm, man hintereinander. Stehe unter direkten Beschuss! Oh, der snipet jemand. Immer noch. Der nimmt mich. Okay. Okay. Achtung, dieser Sektor ist umkämpft. Er wird der Aufklärungsüberflug. Verstanden. Throne ist online und kreist über Einsatzgebiet. Nein, da kommt ein Dritter. Spanier. Scheiße, bei jeder Fresse. Der nervös. Oh, da. Ziel ausgeschaltet. Wir sind in Position. Nein. Granate geworfen. Ich lade ihn ab. Und dieser Spanier, ich kapotze. Dieser Spanier, gib mir wirklich den Rest. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Scharfschütze, ausgeschaltet! Ziel zerstört! Nein, ich kann nicht das sehen. Warum? Verbündete Präzision! Unser Drohne umkreist das Gebiet! Hab den Scharfschützen! Bebringt doch gar... Ich hab dich gesehen! Wie hat der jetzt auf mich geschossen? Stemtex geworfen! Ach, Digger, ich hab dich nicht gesehen. Dann hat er geworfen! Nein, ich hab zu spät gefunden! Nein, ich hab zu spät gefunden! Ich bin hinter dir! Feinkontakt! Oh, ich hab zu spät. Oh, Leute! Wer ist denn hier? Du hast denn hier? Man sieht einfach nicht Sniper ständig. Mhm. Oh, ich bin so schlecht, Hörer! Nein! nein du schalt schwitze ich halte den du und er ist deine familie die einzigen glaube ich hier oben aber wir haben das feld gesichert die mission ist erfüllt ich hab drei vier vier ich hab 14 sniper schüsse auch zehn stück ich bin froh dass ich überhaupt jemanden getroffen wie im stream läuft eine mega diskussion über ich hatte so im kopf gewalt ist nicht immer die richtige lösung aber ein sehr gutes argument schlagen und nachfragen erst zuschlagen und dann die frage stellen rein schlagen bist du jetzt noch weiter ein fuchs ja noch mal zuschlagen noch mal schlagen und dann noch mal fragen bist du noch ein fuchs schlagen zuschlagen wieder nachschlagen fenix nein ich mache nicht die nächsten zwölf stunden komm es hat spaß gemacht weil ja eigentlich hätten auch sieben stunden reich weil ab ab der sieben stunde heute nein ich muss morgen auch wieder arbeiten und jetzt nur zwei drei stunden aber mir auch nicht mehr lange ukrainer ich sag euch die ja sicher da kommt er mit der snipe einfach so um die ecke gesprungen sonst wenn du lösst immer ausrufezeichen lörg rein machen dann weiß ich das weil wenn wenn keiner schreibt oder so die haben sich alle verpisst du kannst ja die letzte minute du hast du alles aber trotzdem phoenix dir vielen vielen dank dass du bis zum schluss drin warst platzieren platzieren platziert perimeter einrichten runde gesichert weiter zur nächsten das freut mich sehr weil sie sehr zuschätzen bei den meisten ist es halt so wenn er echt nicht mehr kommt dann auch raus aus dem schweben an alle jäger sprengt das ziel um zu gewinnen bombe gesichert ich weiß was dir fehlt im stream ein sombrero das kann sein ja ein sombrero yo du willst uns auf du willst mich auf du willst mich auf du willst mich auf du willst uns auf und uns da sind zwei du willst mich auf du willst mich auf 23 23 24 einfach das comment machen und dann ohjaja never mind about weiße ich was halt ja am pc ich kann moden und jump an den early okay platzierenントen 20 seconden franzuise vom hinter nach unten Ich darf jetzt 5 Minuten nicht fluchen. Ja, der macht auf Maschine. Fang up. Ah, Fang up. Mann, was labert der so viel? Er hat keine Freunde. Oben in Bunnel. Alles klar, Phoenix. Danke fürs Locken. Easy. Du hast es im Monsch gemacht. Ich bin hergelaufen. Suchen und zerstören. Ich höre hier gerade der Diskussion neben, meinst du? Hm. Der eine Typ aus dem Gegner Team braucht eine Minute Pause. An alle Jäger, platziert eine Ladung am Ziel und zerstört es. Wir haben die Bombe gesichert. Ich hab das gar nicht gelesen. Was stand da? We are back, guys. Äh, Obers mit Brauch, eine Minute Pause. Ich kann gestern spielen. So. Bombe wird bei Bravo platziert. Bombe platziert. Perimeter einrichten. Boah, ich hab mich gar nicht so schnell gedreht. Mir wurde selbst schnell. Boah, ich hab mich gar nicht so schnell gedreht. Wir klären. Runde gesichert. Weiter zur nächsten. Easy. Das ist für den Fall der eine Pause brauchte. ich frage mich, wenn ich jetzt zu unseren teammates die wühlgeist habe, ob die mir dann sagen, dass ich dann aufs übelste beleidigt werde. Ja. Oh, der snipet schon wieder. verbündete drohne online ich habe kein gegner gesehen ich habe zwei lecker snipen easy 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 for you easy you win he is a machine everyone follow me the whole team follow me ja machine man immer das ego von den männern pushen verbündete bombendrohne aktiv wir brauchen das das ist ein streichel was der camp im spawn oh franzose der chat gibt wieder alles hier mein gott ich mach den stream an das das erste was ich höre wenn du kinder vergewaltig welche kinder vergewaltig ich mach den chat an weil ich glaube die sind ein bisschen wieder im clinch miteinander noch eine minute und dann höre ich hier nur so kinder vergewaltig ich hab keinen fall was mit ihm los ist er ignoriert mich seit zwei tagen ja sie sind sauer ich hab diese tape hauer hin oder irgendwas hat mir grad den arsch gerettet ey oh mein gott jetzt Die schreien sich. Das ist gerade mega an. Ist das auch super? Juck mich nicht. Wer immer versucht mich zu holen, mich zu holen. Ich muss mich zu holen, weil ich immer versucht mich zu holen. Die schreien übelst gerade miteinander. Nein, du darfst niemals... Oh mein Gott, die schreien sich gerade so übelst an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Them guys got fucking dishabred. GG. Easy. That was... I'm sorry for the aim. Let's see this. Daaamn. GG shit. Pro player on our team. GG. You was the MVP shit. Okay. Machinen ist das noch so... Das so. Wennst du schon mal den G нашиiger taki! Unentsゴ yourself семь Mal meine Gib banging. Das ist nichts. Ich wollte dich. W Tenemos alle vier dabei. Auf alle Centre einfach eine Runde. Wenn nicht jetzt muss ich nicht. der beste mann der so viele berufe gemacht jetzt ist auch noch so da im spiel zu der halle und der black reaper so gesagt er ist von französisch über die grenze wir haben uns die führung gesichert Ich hab schon noch gekickt die Schnauze Ja lauf, da fahren wir nicht da direkt rein Boah, zu zweit stehen die da oben auf dem Bus oder was ey Feinde! Ich muss das Magazin wechseln! Ich feinde in der Nähe! Ich lade nach! Mach das nicht nochmal! Flinke Hemde! Verlegen in Führung! Absolut schämt! Ich werde geschossen! Blech an hatte geworfen! Wechsel das Magazin! Feuer einsteck! Wechsel geworfen! Ah, kommt wieder so ein Deutscher! Ich hab den Deutschen! Der Feind liegt in Führung! Boi! Magazin wechseln! Wir haben noch die Führung gekämmt! Wir haben noch die Führung gekämmt! Wir haben noch die Führung gekämmt! Wir haben die Führung verloren! Ganz hinten bei denen im Sporen am Ende vom Tunnel! Snipe einer! Das hat mir gerade echt wehgetan! Ich stehe unter direktem Beschuss! Ich werde ihm so eine Rakete in den Arsch donnern! Ich werde ihm so eine Rakete in den Arsch donnern! Feindliche Drohne in diesem Sektor! Ich fang gleich an zu weinen! Warum? Ich... ich... Ich bin er... Ich muss das Magazin wechseln! Letztes Magazin! Vogel Perspektive Musst nachladen! Da geiert der Deutsche da hinterher gerungen. Da entzündende Ecke wieder, ey, ich hielt mich. Ganz im Ernst, guck der wirft mich mit der Sniper ganz hinten. Aber der Sniper ich halt sagt, den ohne ich mehr. Ich muss die ganze Zeit echt tief ab. Ich schau dir gleich mal einen Monitor an, so wie der geht, ey. Ja, ja, deswegen, ich hab jetzt einen Moment aufgehört. Verbündeter VTOL in Position. Wir legen in Führung. Der Feindling in Führung. Ich geh mal von der anderen Seite runter. Verbündete Aerozoltbomben im Anschlug. Bedeutung im Jong-un. Bedeutung im Anschlug team. Das ist umschuldig. Das Spiel macht mich gerade so... so... so fertig gerade. Ich werde beschossen! Nein! Ich wusste, dass ich sofort schneller nach unten gehen soll. Ich werde dich aber ein bisschen ärgern, aber ich merke das schon. Ich mag fluchen. Mist! Ist der wieder hinten im Spawn oder was? Bei uns im Spawn. Und schon wieder kriegt er mich. Er ist in unserem Spawn hinten. Ich schicke da mal einen Mörser rein. Hallo, gehst du da mal bitte hoch? Warum kann ich dich nicht hoch reinlassen? Jaaa, come on! Ich habe dein Laser gesehen! Oh Gott! Der Feind setzt dein Geschütze ein! Jaaa, gente! Ich komme hinzu,e ich zu uns einfach ans Naste zu sehen! Was ist das? Ich bleib stehen jetzt, tut mir leid, ich bin... Egal was vorgegeht! Hinter dir! Ich schaff das nicht mehr! Ich bin gleich gestiegen... Wir gewinnen auf den Boden, nicht aufhören! Nein! Als ob. Der Sieg ist unser. Gut gekämpft. Ich habe nichts mehr gemacht seit nach einem Stück. Guck mal, dass der nur rumgelegen hat, ey. Acht Kates, sechsmal gestorben. Der hätte nix gemacht die ganze Zeit. Kleiner Kater. Uhrencamper. Also, ich, ich, ne, ich mache jetzt nicht weiter, weil sonst, ähm, äh, fliegt's. Mein Controller. Tut mir leid, tut mir leid. Ne, also, ey, ich hab kein Problem hier, ähm, meine Armbänder zu machen, aber... Ich krieg, ähm... Dann machen wir halt noch weiter, Babo. Jo. Hey, Kim. Da. Aber ich geh erst einen Raum. Ich auch. Kim. Nein, nein, ich, ich... Oh, Phoenix, ich mach, ich mach dir Musik an. Hm. Hm. Es tut mir leid, ich mach den, ich mach den, äh, Stream kaputt. Oh, ich kann das nicht mehr. Beppo, warum hast du so viele Zuschauer? So, ich switch jetzt um. Ich mach jetzt meine Armbänder weiter. Ja, du könnt ja da mal gucken. Warte jetzt. Mal gucken. Die ist vor gerade ein bisschen sauer. Jetzt nimmt er die andere Kamera, aber ich mache noch etwas besser aus. Ich hoffe, es sieht gut aus. So, und ich mache hier die Pläsi aus. Ich mache hier ein bisschen um für euch. Ich mache das ja ein bisschen hübscher, weil es sieht hier gerade richtig scheiße aus auf meinem Tisch. Warte, ich bin jetzt gerade übertrieben. Seht ihr jetzt was? Ja, ne? Ich habe einfach hier verschüttet. Ich muss es nachschüttet. Warte, kurz. 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 Und dann streng. Warte, kurz. Und dann gebürt es sich drin? Ne. Es ist zu hell. das ist für mich scheiße doch so geht es ich bin wieder da in aller frische ich bin im geswichter Posten ach ja, ich komm mal im Stream, ich weiß nicht, was ich immer gemacht habe warte, guck mal im Roll warte, ich muss Beppo was zeigen weil Beppo das jetzt mitbekommen hat was hat er mitbekommen? ich hab meinen Stream jetzt umgebaut auf Bastel und Beppo hat die ganzen Tage gezogen, warum ich immer gemerkt habe, ich bin dabei Fäden aufzulicken ja also die Fäden sind normalerweise alle so seht ihr? ja ja okay und ich hab mich amüsiert jeden einzelnen von meinen 200 Fäden so aufzuwickeln das heißt hier die habe ich jetzt alle 200 Stück aufgewickelt geil das ist das, was ich immer mit Beppo so am Telefon gemacht habe guck hier, die ganzen sind alle voll hier sehr viele Farbe sehr viele Farbe und hier noch eine Kiste ja, das habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht das heißt, wenn jemand eine Farbe will, dann kann ich ihm diese voll hübsch zeigen magenta rot ja und da komme ich hier so ja, also wie kann es aussehen aus einer Kollektion von ja ja da müsste eigentlich so eine Ablistung von den Fäden mit Nummern, das ist mir auch einfach werf ich gedreht ja ich will Nummer 6, 7 auch nicht sicher 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 warte ich versuche mal die Kamera so zu machen, dass man so schön das Band sieht scheiße das Licht es ist zu hell ja die Kamera braucht immer ein bisschen, um sich hier ans Licht zu gewöhnen aber fucking helles Licht, Mann Mann, vorhin war die Farbe richtig gut come on, Licht mach mir jetzt nicht so einen Schein ah ja, ich will aber Licht ja blind sein ich kämpfe mit dem Licht bist du bereit Beppo? nein ich bin bereit okay ich bin jetzt auch damit das ist eben auch daran gewöhnt das ist eben auch daran gewöhnt ja, zu lange war ich aber auch nicht mehr sie ist erst die vierte nach elf äh vor elf ja ich soll morgen und sonntag wieder ackern ich bin jung und brauche das Geld oder ich bin nicht mehr jung, aber ich brauche trotzdem das Geld ich bin nicht mehr mach ein Onlyfans hab ich schon probiert ist genauso sinnvoll wie Twitch ja dann komm du nicht raus und so haben wir ein zwei Arzt wo ja hat er in die Nähe nein nein weil Sabrina das ich hab keine Onlyfans hm naja was soll ich denn da zeigen meine meine schulter oder mein knie sehr vieles du zeigst dezent dein körper durch meine tattoos erkennt man mich sofort wieder und zerstören Nein, dann kriegt er mich nicht. Der letzte Lappmann. Der Tunschuhmann ist bei uns. 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 Bombe gesichert. Naah, I'm afraid you shouldn't hear it, I'm afraid you're up and sind. I'm on my sword. Magma. Oh, how are you? Ich weiß nicht, dass du schweißig bist. Ich weiß nicht, dass du schweißig bist. Ich weiß nicht, dass du schweißig bist. Ich weiß nicht, dass ich dieses Armband jetzt irgendwann mal fertig habe. Nein! Oh, von zwei Seiten. Hinter den Tresen hängt der Dude, ey. Ich weiß nicht, dass du schweißig bist. Unsere Ladung wurde entschärft. Diese Runde ging verloren. Erhören wieder Tempo. All good in the hood. Ich weiß nicht, dass du schweißig bist. Das müssen uns zerstören. Saber 1. Die Zielobjekte müssen beschützt werden. Ich habe einen Präsen. Ich habe einen Präsen. Ah man, I won that kill. Man, I was really won that kill. Jeez. An alle Saber, verteidigt die Ziel-Objekte. Moving here. Moving here. Ja, pumpen, Heini. Fick dich. Ja nimm ihn jetzt, er liegt da. Du schweiße. After that, I've got much more than one in their life. Jaaa. This shotgun is amazing. Haha, I don't mind. An alle Saber. Sicher deinen Bereich um die Ziel-Objekte. Ich hab gleich... Halt dich jetzt ohne über uns. Wir haben die Runde bei Alpha platziert. Ah, in der Fresse. Ihr geht mir so auf den Sack, man. Jaaaannnnnnn. Aaaahhh, kommt er von hinten. Nein. Machst du dich bereit, wenigstens. So easy. Xperr. We wanna' be back. Oh, never back, nehm. Gah! So many is full to you. Halt start to us. An alle Saber. Placiert eine Lade feindliche Kontakone in der Luft. Wir haben die Bombe gesichert. ja 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 er hat noch gelesen im team Das ist auch ein AIM von mich. Der magma. Der springt nach vorne und trifft nichts. Wir brauchen uns zerstören. Saber 1, eine Ladung beim Ziel platzieren und zünden. Wir haben die Ladung. Feindliche Vorräte im Einsatzgebiet. Nix da. Wollt ihr kein Armband nehmen? Ich? Das hier ist für Kevin. Mann! Ich geh das an, wie das nicht... Also ich glaub, ich glaub, ich glaub, Red Bull Kim ist tot. Ja, ich glaub auch. Oh. Letzte Minute. Ich bin echt der Meinung, dass er tot ist. Das Licht hat mich jetzt verbrannt. Ikea ist so krank. Mann! Hör auf mit dem Licht! Das ist die Richtung bei AIM von der Treppe. Auf der Wand. Da stand der zuletzt. Ja. Da ist der ARB. Scheiße. Ah, unten. Scheiße. Ich habe Opel zu tun. Nur Borts in der Gruppe. Watch in Pornhub He was waiting for the peekaboo He was waiting for the peekaboo Watch in Pornhub Oh well I'm dead Sorry, loot, I can't Loot, jacky boy, I'm gonna get me a clean smoke off Damn, bro Oh, GG's GG's Das tut so gut Das tut so gut Halt dich das nervös macht, meinst du Au Oh, ich brauch's nücken Warte, macht mich nervös Hä? Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Schaden antwortet er, weil ich rausgefunden hab, wo das Problem ist Wer? Kim, du sprichst den Rätseln Axel, zieh' ihn Ich hab's nicht 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 M viral Innerhalb Ich hab's nicht Wenn du schーnt mit dem Lago NUNS melee Die Gange Der Gang Ihr müsst die Zielobjekte beschützen. Hier wird wieder sicher wieder gegammelt hinter. Sicherlich. Oh, dein Söhne! Genau! Ja. Andai destra, a destra! Das ist ein bisschen zu tun. Was ist das? Wie ist das? Warum? Warum flessst man ihn so? Das ist ein bisschen zu tun. Mein Achsel. Das ist ein bisschen zu tun. Oh, das ist ein bisschen zu tun. Oh, das ist ein bisschen zu tun. Oh, mein Vater hat auch die Achselhäle. Ich muss das mal checken. Was schreit der rum? Fühlt der sich hier auf dem... Was nennt man? Skopadissimo. Es war meine Prima Partita. Ich habe nur checkinato. Ich habe auch nicht nur einen mit der Merapeute. Mensch Junge, kauf dir einen! Ah, Bastard! Oh Gott! Du fattest hier. Wie ist es? Aber... also knirrt. Ja, das ist das. Das ist das? Das war auch schon mal. Weil ich nicht mehr so viel gefällt. Ich habe auch schon mal geholfen. Ich habe auch schon mal geholfen. Danke. Okay. Nösch! Nösch, Kevin! Nösch, Kevin! Ich habe auch schon mal geholfen. Ich habe auch schon mal geholfen. Aber ich habe auch schon mal geholfen. Ich habe auch schon mal geholfen. Ist mir das richtig gegeben. Was ist mir das richtig gegeben? Easy. Alejandro, Alejandro! Hallo! 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 Ich sag euch jetzt was, ich sag jetzt auch im Stream. Ja, ich war ja beim Arzt. Ja. Ich hab jetzt die Schlungliche Hilfe gesucht. Ist ja nicht schlimm. Und, ähm, ich fährt hier zur nächsten Zeit mit der Therapie. Hm? So ehrlich gesagt. Ich hab meinem Arzt, ich hab meinem Arzt gesagt, dass ich mich nicht mit Gedanken habe. Ich bin wohl der Meinung, dass jeder eine Therapie braucht. Also heutzutage. So gut wie jeder. Es ist einfach zu viel. Viel. Zu viel. Soll er da auch was? Wahrscheinlich. Es ist einfach seit meinem Vater in der Nacht da war, der zweimal in der Nacht eingelebt hat. Das ist ein bisschen aus Angst. Wir haben diese Runde verloren. Bereit, mach es für die nächste. Ich stelle mich auf mein Handy. Wie ich... ganz so... kleinstes Movement, was die Shirt und die Hütte machen. So. Ja. Das ist nicht so schön. Deswegen hab ich ja jetzt Schlafpillen bekommen. Versuchen und zerstören. Deswegen. Ich rede jetzt auch im Zufall. Aber Leute, wenn du nicht hältst, das ist nichts Schlimmes. Ist auch nichts Schlimmes. Ne. Könnt ihr machen. Mein Arzt hat mir sogar gesagt, in Luxemburg seit Februar wird das übernommen von meinem Krankenkasten. Das heißt, es ist vielleicht ein Psychotherapeuten, hat er gesagt. Und dann fragt der Arzt eine Überweisung. Und dann... Ja. Ich bin sowieso der Meinung, dass ich eine Borderline-Störung habe. Ich muss sie halt nur noch diagnostiziert haben. Ey, das war mein Kill. Alpha. Vogelperspektive online. Ihr habt diese Runde gewonnen. Bereitet euch auf die nächste vor. Ja, wie gesagt. Wenn der Rede bedarf, ist es auf der Scheiße. Dann... Du bist auf jeden Fall nicht alleine. Suchen und zerstören. Ich rede normalerweise über solche Sachen mit meiner besten Freundin, aber bei der Oberhandel, ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Egoistisch sein. Ach, wie so lange... F*** ich so gut was hab hier. Yes. Ich bin so ein Schwachkopf. Deswegen, das seht ihr alles im Stream. Oh... Pass auf, der ist bei dir. Hm... Entschuldigung. Ja, schön. Also wenn ich jemanden im Stream habe, ne, dann würde ich euch einfach... Such... Ihr müsst euch nicht schämen. Hat der von hinten... Fokus auf die nächste. Hm. Ich hätte mich auch nie geschämt, mir vorzusehen, wisst ihr, aber ich höre nicht. Das ist eigentlich... Wir haben die Bombe gesichert. Ich muss zugeben, dass etwas nicht stimmt. Das ist scheiße. Ja. Aber wie wird so sagt, jeder hier bräuchte... ...eine... 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 Corona hat uns zerstört. Corona hat aber so viele zerstört, ey. Ja. Corona hat sehr vieles zerstört, sehr viele mentale... Also ich hab, ähm... Seit Corona da ist, hab ich Angst vor Menschenmasse. Also wenn viele Menschen auf einer Stelle sind... Zum Beispiel jetzt haben wir ja die, ähm... Ähm... ...Schwuberführer. Ja. Die Schwubermesse. Ja. Das ist die Kirmes, wo ich jetzt... Ich glaub nicht, dass ich da hingehen kann, um die Bombe zu gewinnen. Nicht vor Bakterien oder so, aber ich hab... Keine Ahnung. So ein schöner Kill. Du, ich zittere schon, wenn ich darüber rede. Letztens war... Verbündete Drohne im Einsatz. Ja. Das ist ja nicht... Jetzt reden wir über was anders, weil sonst fangen wir nicht an zu machen. Verbündete Clustermine eingesetzt. Eeeeeegar. Feind hat Bombe bei Alpha platziert. Nein, da habe ich eben geschossen. Ah, Mensch bin ich ein Locker. Die Spinn ist ein Locker. Wir haben diese Runde verloren. Bereit machen für die nächste. Ich glaube, hier nehme ich eine präzise Waffe. Wir müssen einmal so einen Stream machen. Ist das so ein mentale Hilfsrufe? Ja, das ist ein Debris. Das würde bestimmt sein. Dann haben wir alle Emus. Und Eagles. Also ich muss sagen, als wir letztens über das Thema Selbstverletzung geredet haben, die Sachen, die bei uns gesagt wurden im Discord, haben mich extremst verletzt. Wie Dylans manchmal gesagt hat, die haben mich übelst verletzt. Dass wir alle gestört wären. Und dass wir uns dann richtig wieder zu finden wollen. Und solche Sachen. Das fand ich ein bisschen krass. Das ist auch zu hören. Das heißt, den Willen hätte lieber... Ich hätte mich umgebracht damals. Anstatt das zu... Au! Nein! Nein! Ich hätte einfach nicht... ... oder was gesagt haben. Ja, aber wir sollten nicht wissen, dass es scheiße geht. Die Runde ist verloren. Setz den Fokus auf die nächste. Ich denke nicht, dass wir meinen Eltern es besser gefunden hätten, wenn ich mich umbringe am Schritt. Hm. Also ohne sagt... ja ja... Ja, ja. Schwör. hm. So, jetzt darst ihr mich ablenken und sonst... ...wein ich in meinem Stream. Ja, Jungs, sicher. Nehmt Händchen, wenn ihr um die Ecke guckt. Das wird schwierig. Die Italiener spielen nicht gut. Ey, was ist gut? Hallo. Geht's dir? Keine Ahnung. Ich bin abgefolgt. Ist jetzt hier mit Tränen in den Augen im Stream. Und warum? Weil das Thema war gerade ein bisschen zu tief. Ich habe nicht zugehört, ich weiß nicht, wo es ging. Willst du sie noch weiterheulen lassen? Ja. Die schnaufe nicht. Aber sie lacht auch, das ist doch schon okay. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Ich lebe es mir an. Nein. 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 Okay, ich will nicht versuchen, was es geht. Um Menschen, die... ...depressiv sind. ... ... ... ... Wie scheiße sind du uns so leust? Ja. Wie ist denn so? ich habe alles gegeben ist so schnell kann man chemie aufbauen vorteil beim heulen man muss dann weniger pinkeln das ist ich mache es nicht okay kippie wollte zu verlausten zu geben mein wie gehst du ja ich gehe jetzt umfeierend ich verstanden du gehst feiern wieso zu alt kein geld das geld für das feiern zweimal ich bin wahrscheinlich auch ich bin morgen wieder am start und ich gegen morgen essen was gibt es die kann ja 200.000 kilometer entfernt so weit ist es nicht naja die deutsche bahn ist nicht pünktlich die deutsche bahn ja das ich schicke dir ein foto marcel vom essen ich dachte schon wie ich hätte die augmentation gut wie dass sie keinen schicken ich habe nur hunger wenn ich so ist das frech macht ich jetzt schon auf den weg dann bist du pünktlich wenn ich jetzt loslaufen wenn ich übermorgen da glaube ich mein gott ich habe jetzt er ist einfach schwarz mich ja dann bin ich trotzdem jetzt übermorgen mit deutschen bahn wasser ich hätte es so los ich habe heute ich habe heute ich habe heute ich habe heute entsteht hier nicht nein sie braucht noch scheibenwischer um ihre gläser Halt auf. Jetzt fang ich wirklich an zu wollen. Ich hätt ihm auch fast gemeint, ich habe zum ersten Mal Pupa gespielt. Gut. Ja, mir geht nicht mehr. Was denn? Jetzt sind alle viel gestorben, aber ich hatte... Ich habe nicht viele Punkte. Weißt? Ich habe Cicci gespielt? Ich bin nicht mal aus dem Haus rausgekommen. Hä, was machst du im Haus? Du startest ja nicht mal im Haus. Du startest hinten und ich hab den Weg nicht gefunden. Mit Sissy musst du zuallererst die Autobatterie abmachen. Ja, mal wenn mir niemand das geklärt hat. Wir haben uns die Führung gesichert. Du spielst ja auch nie mit mir. Nein, kommt noch ein Loft. Oder wir können Apex spielen. Hast du Bock? Du bist wirklich noch Wein sehen, oder? Ja, komm nicht mehr in Apex. Gut, machs für mich. Was krieg ich dafür? Das ist nicht lieb. Hab ich das? Das ist nicht lieb. Das ist so unfair, das ist so unfair. Hast du mich... Ich weiß, dass du mich liebst. Flinke Hände aktiviert. Das ist gelogen. Pass, ne? Ich hab kein Apex mehr. Nee, du hast kein Apex mehr. Ich hab keinen Apex mehr. Hast du echt gelöscht? Vorletzte Woche? Ab heute? Nein. Du hast es doch letzte Woche runtergeladen. Ich wünschte aber, ich hätte es gelöscht. Äh... Ich hätte es löschen sollen, oder? Hast du es gelöscht? Nee, ne? Nee, ne? Ich hätte es ja schon sollen. Ah, Hase, come on. Hase, du weißt, du weißt, unsere Liebe. Feindliche Drohne in der Luft. Mach es für mich. Ja. Ja. Bitte. Ist so ein Steps-Testing, ich weiß. I open, bitte. Hast du was verpasst, ey? Ich weiß nicht, wie oft die Leute denken, dass das Micha und ich eine Beziehung haben. Wir haben eine wunderschöne Beziehung. Wir haben eine. Wir haben eine. Die Leute sollen glauben, dass es keine Beziehung ist, obwohl es eine Beziehung ist. Vielleicht ist es so, der Platt. Ja, aber es ist eine Beziehung, aber es ist halt eine Bruder-Schwester-Beziehung. Naja. Im Ruhegebiet ist das keine natürliche Sache. Du weißt, dass sie jetzt machen wollen, dass Inzest auch keine Strafe mehr sein soll. Geul. Micha, es steht uns nix mehr im Weg. Ja! Ja! Gertakt! Ne, also von an... Micha und glaube, wenn ihr ob Micha und wenn das von Anfang an schon anders... Du bist... warte mal... du spielst Apex auf, äh... PC oder auf? Playstation. Aber du bist doch... du bist doch auf... Nein! du kriegst sogar zwei ich bin noch da ich will doch verstehst du wirst in der lobby aber ich kann ich stelle mich online und dann lädst du mich jetzt habe ich den nachgesehen dass du online bist ich sehe dich nicht ja ich habe ja gerade eine beleidigung ich habe mich erwischt ich habe mich erwischt Was? Apex? Äh, ja. Warte, ich mach nur die Runde, Hilfe. Okay. Wenn jetzt das Heulicht geht's nicht mehr. Wo? Ja? Das wär ja auch schlimm, wenn du heulen würdest, wenn ich mal so genau praktisch bin. Also du, mein größter Stern am Himmel. Oh, so groß bin ich noch nicht. 1,85. Ich bin 1,60. Das ist der Zweck. Ja. Was? Ja, ich bin ein Zweck. Ich weiß. Ah, ich bin ein Zweck. Mein Bruder hat bestimmt. Wir haben die Führung verloren. Boah. Das ist kalt. Das geht ja still. Wen spielst du? Ich weiß noch nicht. Mein Bruder hat Lifeline immer gespielt. Wir haben die Führung übernommen. Ich hab eh nicht gespielt. Oh, das ist schon scheiß von Zeus. Ich kenn die. Wir haben die Führung übernommen. Ich spiel dann mit Wraven. Ich spiel dann mit Wraven. Ja. Es ist Lifeline. Ich spiel dann mit Wraven. Ich spiel dann mit Wraven. Wir haben die Führung übernommen. Ich spiel dann mit Wraven. Aber I don't like her. Man, der Läppische. Wie kann ich jemanden kaufen? Du musst mich nicht kaufen. Du musst mich nicht kaufen. Was willst du kaufen, Hase? Einen Charakter. äh du gehst auf die legende drauf ja ich habe keine Frage gesehen, der kostet über 12.000 unten steht legende erhalten ja oder du kaufst dir halt ja sicher ich gebe kein Geld aus ja ich habe Loba aber so gekauft das würdest du besser wissen, ich gebe kein Geld aus für Epic aber du weißt genau gut, dass ich es mache verbinde die Drohne online das weiß ich hast du meine Krone gesehen? ja hast du und? geht toll aus abgeschlachtet meine Munition wird knapp scharfschütze ausgeschaltet die Drohne braten auf der Schmiede warum habe ich so zwei unter die Grenzen beschutzt? feindliche Drohne über uns wo habe ich sie her? die Drohne ist halb geschafft, sichert euch diesen Sieg er bitte aufklärungsüberflug verstanden die Drohne ist online und bereits über Einsatzgebiet die Drohne sei der Weg der Feind ist in Führung gegangen ich hoffe jetzt den Pass ich wollte gerade meine Cola Dose holen ne? ich wollte gerade meine Cola Dose holen ne? ich einfülle meine Deo Flasche ich wollte aus der Deo Flasche trinken Pink Passion geil er bitte Mörserbeschuss Position napiert Mörserschlag ist auf dem Weg verdruckt sie haben mich erwischt muss nachladen ne scheiß Frau Soos um was gehts ich musste das nachher schlagen weil es kann sein dass die Person nicht schlagen ist schon das ne schau mal rein die scheiß Französse ich habe mich gerade fast hier übertrieben ähm die Fünfte ich höre jetzt auf zu trinken ich gehe von der Deo Flasche weg ich gehe von der Deo Flasche weg Granate ist raus hinter dir Scharfschütze ausgeschaltet es gehts es gehts mir besser ich habe gewein weinen ist super geil weinen ist kennst du das wenn du ein mega ich liebe euch mich ja sagt dass du mich die letzte minute Ich bin getroffen! Ich liebe dich. Iraki liebt dich auch. Ich... Misha? Gestern? Ja? Gestern waren wir bei Star of Duty, ne? Und da waren so zwei Typen, so Iraki. Und irgendwie der einen hat mich angemacht, ne? So, I love you, I love you. Und ich hab dann angefangen, dass wir drinnen. Und da hat sein Kumpel sich dazwischen gedrängelt. Und meinte so... Ich hab ihn nicht so gefragt. Er hat ihn nicht gefragt, ob ich seine Freundin sein will. Und da meinte ich so... Nee, ich bin nicht Freundin-Material. Ich bin Ehefrau-Material. Und dann kommt sein bestes... Sein Freund so dagegen gekutscht wird. Ach ja, dann gehen wir. Super! Die anderen haben gesagt, ich liebe dich. Komm zu mir. Komm in den Irak. Und wir sind keine Terroristen. Und wir sind keine Terroristen. Ja, es war ein bisschen lustig. Mission gescheitert. Zurück zu... Ja, der hat mich... Der hat mich vorhin eingeladen in der Party. Okay, my match is river. Ich hab jetzt irgendwelche Einstellungen eingestellt. Ich weiß aber nicht genau. Ich kann das nicht umändern, warum. So, dann bin ich gleich vielleicht. Dann geh mal los auf Apex River. Kann sein, dass ich jetzt Mist eingestellt hab. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.